aber schön wenn man die Königsberg fahren kann das ist die Wand, wenn man andere dobe Schiffe hatte das ist die Wand jetzt nur weil er mit der Kohlberg fahren musste Dank die Deutschen ich habe keine Lust nach Französien zu fahren dann fahr ich nach ganz vorne das ist eine Oma super dann fahr ich da weg so wo fahren wir jetzt so lange vielleicht noch eine Oma oh da weiß ich weiß alles was das bitte schön für die Mapgröße gut für Long Range komisch und wie der Motor ausgefallen ein Treffer gar nicht Treffen warum fällt eigentlich regelmäßig immer der blöde Motor aus der mag den Punkt aus das ist sowas und wo schießt ihr denn alle hin Oma ist am schießen und am schießen und am schießen und am schießen oh scheiße ich wollte gerade auch ausweichen ach ihr hättet euch beinahe gegenseitig abgedonnert ich hab's gut schon gesehen aber dann wollte er den Anschluss gegenüber auch ausweichen da ist Nick wenn wir ihr wolltet beide in dieselbe Richtung ausweichen oder was Fraginator fahr nicht so weit nach vorne fahr nicht so weit nach vorne ja das hab ich ihm auch schon mal gesagt ich wollte mich eigentlich um die Furutaka hinter den Felsen kümmern ja aber du siehst noch dass da zwei Omas sind und nen Zerstörer genau um den wollt ihr mich kümmern die heißt aber nicht Furutaka sondern also Nick Ravni ich hab's an hey da möchte man das wenn ich denke schon ich hab's anscheinig wohl gut zu finden ich hab's mitleid damit der Fenix er hat halt mitleid damit der Fenix Ausfälle ich hab's gerade mal am Arschleck auf die Kroni Achtung da kommt noch Nikolas hinten nach Shaggy du bist viel zu weit vorne wieder no risk no fun das kein Motto ach dann bist du hier aber falsch ja ja da staubt es wieder ja ja da staubt es wieder da hab ich angefackelt da kann ich auch nix führen jo 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 ich hör schon auf den Nikolas oh tata ne aber meist hat er noch ein Problem hat wieder Ausfälle ja ich weiß und jetzt hast du wieder den scheiß Nebel an ach dieser Nebel ist nicht diese scheiß Fähigkeit geht mir jetzt so auf den Senkel weil dann die scheinbar perfekter durchschauen können würde der Nebel dafür sorgen dass sie halt die dass sie selbst auch nicht sehen ok kein Problem voll weil dann würde ihn keiner mehr machen da ist Karten ran oh scheiße ja ich hab mich jetzt ich hab jetzt halt selbst aus dem Spiel genommen ja ich hab mich jetzt ich hab jetzt halt selbst aus dem Spiel genommen ich hab mich direkt ja dann ist drauf Ich hab mich einfach ich hab mich in die communications wegballert wie gesagt dachte mir mal ein großer der Philosoph. Äh, ein rasgedrücktes Schiff, dem man diejenigen, der das Schiff so weit runtergeballert hat, von der Schnauze wegzuballern, hat nichts mit Rüsten zu tun. Du bist so weit vorgefahren, da hast du so viel kassiert, und dann hast du jetzt die Rechenschaften gebracht. Ach, die Rechnung war also, dass man mit dem einen Zerstörer, den ich auch fast nur runtergeballert hab, von der Nase weggeballert hab. Ich hab einen auch getroffen, selber schuld. Ist doch was anderes. War schon häufig passiert. Fugutaka schießt. Wäre er denn noch da, Skull? Wäre er noch da, Skull? Ich kämpfe hier gerade gegen die Fugutaka. Ja, ich weiß. Ich hatte Glück, dass meine Kanaken mich mal vor der einen schlagen. Ach, schießt auch auf den Fugutaka? Ja klar, ich hab ja eine hohe Reichweite. Das Problem ist, ich muss zwölf Sekunden vorhalten. Was ich persönlich relativ witzlos finde. Oh man, wir verlieren schon wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Ich bleib bei A. Ich versuch mal über Behrend. Ja. Pass auf, wir haben noch 3 Zerstörer, diese Bastarde. Hm, die Funden ist fressen für mich. Haben wir zwei kommen? Ja, die Fugutaka verschwindet einfach mal. Die Augen aus. Sehr gut, aber wir müssen nicht auf die Schilfe. Oh, Scheiße, nur in New York. Ah, das ist der Hammer. Du musst ja am Ende die Schlagschiffe mischen. Ja, ich muss abdrücken, da ist... Da ist ein Schlafschirm, oder? Oh, die Blanker kann ich noch nicht Ja egal, der ist gut, beschissen ist okay Oh fuck, die kämpft schon Nice Die kommen wieder zu A zurück Ja, das ist zu spät Ich sehe mich nix, und wenn die Zerstörer sind, wann sehe ich die denn dann? Oh fuck, naja Da ist er Nein Scheiße, da ist eine Kavari Scheiße Muss ich auch lang ran fahren, schnell ran fahren Oh, ich weiß nicht, die Farbe kommt echt mit einem Dreck zusammen Ah, da ist ein Zünder Du sagst es Noch welche Geil, vernichtender Schlagen Der Zerstörer spielt aber nicht gut Ich habe gerade einen gewonnen Hilton zu zerstören aber Gut? Sorry, ich bin jetzt kurz vor A Ah, da kommt halt noch die Wyoming, ne? Da ist er Einer trifft Einer trifft Lassen wir auf die Fuotaka Oh shit Sehr gut Ich habe keine Chance gegen die, ich habe mein akustisches Signal nicht Ist die jetzt schon weg? Die war ja auch wegen dieser, was das Problem ist Ach, die lebt ja noch Jaach Warte, ich lebe nicht, helfe dir mal hier Ich habe keine Chance Ich habe mich nur auf die Luft Ich habe keine Chance, ich muss ja in den nächsten Krieg gehen Da ist doch noch eine Firemeng, das ist halt das Problem Scheiße, da kommt noch nicht mehr Waffe Ja, das schaffen wir nicht Hätte jemand brauchen können, noch einen dritten Mann, der könnte das Der ist ja nicht mehr im TS Ach so Ja, wir hätten einen dritten Spieler verbrauchen können Du hast eine Auszeichnung gekriegt, Alter Nein, das ist die Fuutaka Hast du Torpedos? Ja Schieß auf die Bayombing, schieß auf die Bayombing, Alter Ja Ja Ach die Fuutaka Oh, oh, ne, die gehen in den Berg In die andere Richtung, dann kannst du den zweiten Torpedosalbe rauslassen Noch einen zweiten Torpedosalbe rauslassen Noch einen zweiten Torpedosalbe rauslassen Ja Ja Hättest du noch ein paar Torpedosalbe rauslassen können Ja, schade Bestes gegeben, was auch nicht Ja, die Fuutaka, komm schon Die hole ich Ja Das ist mein letzter Kratzer Ja Alter Schade, aber die Bayombing, die hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen können Nein Ich hätte mein Bestes getan Ja, aber gefehlt hättest du die andere Torpedosalbe auch noch abfeuern können Ja, ich wollte ja drehen, aber naja Ich hätte vielleicht anders drehen sollen Ja, ja Ich hier unten Schade 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 Vielen Dank.